In den kommenden Jahren bietet die Staatsverschuldung in Deutschland jedoch keinen Anlass zur Sorge, zumal viele der neu ausgegebenen Schulden über 10 oder sogar 30 Jahre laufen und für diese Zeit keine Zinsen zu zahlen sind. Selbst für hochverschuldete Länder wie Italien oder Spanien sind die Zinsen so niedrig, dass die derzeit anfallenden Zinszahlungen so niedrig sind wie nie in den letzten Jahrzehnten. Zudem konnten sie die durchschnittliche Laufzeit der Staatsanleihen deutlich verlängern. Selbst wenn die Zinsen in den kommenden Jahren steigen sollten, würden sie deswegen nur sehr langsam auf die Zinsquote und damit auf die Nachhaltigkeit der Staatsschulden durchschlagen. Um die Nachhaltigkeit von Staatsschulden zu beurteilen, dürfen wir jedoch nicht nur auf die nächsten 5 oder 10 Jahre schauen, sondern müssen den Blick weit darüber hinaus schweifen lassen. Und in den Staatsbilanzen gibt es Posten, die mit weit größeren Summen ins Gewicht fallen werden als die Zinsen auf die Staatsverschuldung. Viele Regierungen sind gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern immense Verpflichtungen eingegangen, etwa bei der gesetzlichen Rente, der Gesundheitsvorsorge und Pflege. Diese Kosten werden in den kommenden Jahrzehnten massiv ansteigen. Diese steigenden Sozialausgaben müssen bei gleichbleibenden Einnahmen und ohne Kürzungen an anderer Stelle über eine höhere Schuldenaufnahme finanziert werden. Demografie, Wachstum und der Sozialstaat Die Demografie und die Struktur der Sozialsysteme sind daher zwei ganz entscheidende Faktoren für die Nachhaltigkeit von Staatsschulden. Diesbezüglich hat Deutschland sehr viel größere Herausforderungen zu bewältigen als andere Länder. Wir haben nicht nur einen starken Sozialstaat, sondern auch eine der am schnellsten alternden Gesellschaften in Europa und der Welt. Es ist schwer, die daraus folgenden Zahlungspflichten zu beziffern, da sie ungesicherte Annahmen über Zinsen und wirtschaftliche Entwicklungen erfordern. Sicher ist, die Summen werden enorm sein und so ist der sorgenvolle Blick auf die deutschen Staatsfinanzen der kommenden Jahrzehnte gerechtfertigt.